Eigentlich geht es um eine gute Sache. In seinem Kärntner Heimatort Sirnitz organisiert Hinteregger den Hinti Cup, der von 16. bis 19. Juni stattfinden soll. Es soll ein Fußballfest werden mit Livemusik, Hobbykickern und sogar einem Auftritt vom DJ RC. Doch hinter der Veranstaltung steht die Hinti Event GmbH, die neben Hinteregger selbst noch zwei weitere gleichberechtigte Gesellschafter hat. Eine Gastronomin und Heinrich Sickel. Alle drei bringen jeweils 12.000 Euro in die Gesellschaft ein. Das berichtet der Journalist Michael Bonvalotte. Allerdings ist Sickel nicht irgendwer. Laut Bonvalotte pflegt der ehemalige Grazer FPÖ-Gemeinderat schon seit Jahren beste Verbindungen ins rechtsextreme Lager. Bereits mit 17 Jahren soll sich Sickel der verbotenen deutschen nationalistischen Front angeschlossen haben. Einer Neonazi-Organisation. Bonvalotte bezeichnet Sickel als einen der wichtigsten Verbindungsleute der extremen Rechten in Österreich. Auch zur Identitären Bewegung pflegt Sickel Verbindungen. Für die rechte Gruppierung tritt Sickel als Ordner bei Demonstrationen auf. Auch gespendet soll er haben. Hinteregger kommt dadurch in Erklärungsnot. Auf Instagram reagiert der Frankfurter Kicker auf die Vorwürfe. Ich habe keine Kenntnisse über vergangene oder zukünftige Aktivitäten seitens der Familie Sickel. Ich möchte lediglich ein Fußballturnier stattfinden lassen. Und mehr nicht. Hinteregger will mit Sickel nichts mehr zu tun haben und bricht jegliche Geschäftsverbindungen zu dem Ex-FPÖ-Mann ab. Auch die Durchführung des Hinti-Cup wird geprüft. Hinteregger stellt klar, ich habe durch meine Zeit im Profifußball auch Privatfreunde auf der ganzen Welt und weise Anschuldigungen, dass ich rechtsorientiert bin, klar zurück und setze mich weiter gegen jegliche Art der Diskriminierung ein.